Im Maßstab 1 zu 128 schafft die Bruder-Mini-Serie Spielfreude auch für den Erwachsenen-Spieltrieb. Im Büro, am Schreibtisch, zwischendurch und unterwegs. Dabei verführen die Minis mit ihrem vielfältigen Zubehör zur Sammelleidenschaft. Ihre realistischen Funktionen sind den großen Vorbildern abgeschaut. Die Doppelbereifung bei den Modellen der Miniserie ist ein Beispiel für die umfangreiche Ausstattung. Und im Handumdrehen verwandeln sich die Minis in originelle Schlüsselanhänger. So werden auch die kleinsten Bruder-Modelle zum Blickfang. Just like the real thing. Das Bruder-Motto gilt auch für die Kleinsten der Familie. Dazu gehört das umfangreiche Zubehör vom Fass- und Kippanhänger über den Pflug bis zum Gruber- und Transportanhänger. Detailgenau und multifunktional. Diese Eigenschaften gelten bei Bruder in jedem Maßstab. Die Bruder-Minis mit dem detailfreudigen Spaßfaktor zum Mitnehmen. Dank des Dicast-Metalls so robust wie ein gutes Spielzeug eben sein muss. Mit den verschiedensten Traktormodellen folgt Bruder auch hier dem Motto, im Kleinen wie der Große. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020